Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Die älter Scrolls 5. Wir haben vorige Folge. Ähm, ein paar Banditen zerlegt, ein Schwert zurückgebracht. Und überlegt jetzt mal nach Falkenring aufzubrechen. Ich muss noch kurz ein paar Einstellungen einstellen. Farnkreuz, Vertiple sind an, perfekt. Vergessen. Farnkreuz ist nicht an. Warum nicht? Gerade eingestellt. Farnkreuz. Kann ich eine Waffe tragen? Warum geht das Farnkreuz nicht an? Kann auch nicht speichern und laden? Hä? Ich krieg keine Ahnung. Ich weiß, was es ist. Aha. Nichts, danke. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Nö. Ja. Äh, ich bin ein bisschen heiser. Weil ich vergesse dann auch Hochzeit und war... Ein wenig am grönen. Also, nicht wundern. Mir geht's nicht schlecht. Ich bin einfach mal heiser. Ja. Gut. Was machen wir jetzt noch, bevor wir nach Falkenring aufbrechen? Ich hab noch zwei, drei Items, die können wir entzaubern. Werden wir auch machen. Und ich hab noch ein paar Sachen im Inventar, die ich verkaufen kann. Das werden wir auch machen. Jaja, mach ich, mach ich, mach ich. Irgendwann mal. Nicht jetzt. Joa. Moin, Baringa. Nö. Such die Drachenfeste, um zu entzaubern. Habe ich Seelensteine? Ich habe keine Seelensteine. Also kann ich auch nichts verzeihen. Schade. So, hier sind wir durch mit den Sachen. Genau. Dann mal los. Hier will ich zu Belito an den Gemischwarenladen. Doch, bevor wir rübergehen. Wie viel Essen habe ich noch? Hm. Davon muss ich drei Morgen essen, bevor wir nach Falkenring aufbrechen. Vater sagt, dass ich zu jung bin und mit dem Schwert zu kommen. Also über ich mit meinen Freunden. Kann man vielleicht... Ähm, ähm. Oh, cool. Wird ja eigentlich gehofft. Hier ist, warte mal. Hier ist Lauch. 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 Farotten nehmen wir mal mit. So. Flaschenkürbis. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht können wir mit denen zusammen nämlich was herstellen. Oh, hier sind noch Weinen. Ja, Wein brauche ich nicht. So. Bratspieß. Gibt es hier etwas, was ich mit den Sachen herstellen kann? Sieht schlecht aus. Oh, sieht ganz schlecht aus. Kartoffeln fehlen. Ist ein Rinseintopf. Okay. Pferdehüfte. Muschelsuppe. Wie fehlt Kohl. Naja. Dann ist es halt so. Zur Not kaufe ich mir was zu essen. Oder ich finde mit etwas Glück nochmal was. Wir verkaufen jetzt nur noch bei Beletor noch ein paar Sachen. Ruhen uns einmal aus. Und nehmen dann die Kutsche. Den Kutscher fragen wir dann. Ob er uns nicht mal rüber nach Faltenring bringen kann. Mensch, warum reimt sich das alles? Das ist total behindert. Ja, du bist erschöpft. Das wissen wir. Du willst eine Runde schlafen. Würde ich auch gern. Aber. Ich habe schon so viel geschlafen. Jetzt wird durchgemacht bis heute Abend. Geht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach... Alles steht zum Verkaufen. Für manche ist es Ransch. Für mich sind es Schätze. Ja, für mich nicht. Also, kommt drauf an, was es ist. Aber manchmal ja, manchmal nein. Kleidung, Kiefel. Gift benutze ich nicht. Die Ausdauertränke auch nicht. Farnung auch nicht. Aber die hier. Feuerball habe ich jetzt nie benutzt. Werde ich immer wieder vergessen. Die verkaufe ich jetzt einfach mal. Ähm. Den Wein wollte ich verkaufen. War das Buch eigentlich fertig mittlerweile? Ich glaube nicht, ne? Bitte komm wieder. Ist jetzt schon sehr lange her, dass ich aufgenommen habe. Ich hatte nämlich tatsächlich für bis Sonntag aufgenommen. Am Donnerstag, meine ich? Jetzt haben wir Sonntag? Mann, ich weiß nicht, wo wir am Buch stehen geblieben sind. Müsstet ihr, dass es tatsächlich Früchte gibt, die im kalten Wetter besser wachsen? Raus! Passiert mich nicht. Hat andere Sachen zu tun. So, rein mit den Karotten. Oh, einen Nordmeet müssen wir mitnehmen. Oh, ich habe hier auch noch sowas. Mist. Müssen wir nochmal zu Bele toschen hier rüber. Dieses Mädchen. Genau du. Geh mir nicht im Weg. Die Luft ist nämlich etwas behaglich. Das gefällt mir gar nicht. Mir gefällt dein Geld. Mir gefällt super gut dein Geld. Deswegen gebe ich dir Sachen und du gibst mir Geld. Kleidung. Habe ich vergessen reinzugucken. Bögen bewegen höheren Schaden. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Auch nicht. Hier. Leichte Rüstung. Nein. Herstellung. Auch nicht. Nein. Regieresistenz. Ich glaube, den kaufe ich jetzt. Ich habe nämlich... Brauche ich den? Ne, ich kaufe den nicht. Aber ich wollte was nachgucken. Es gibt ja bei Wiederherstellung, wie es aussieht. Erfrischung. Heilzauber stellen. Auch Heilzauber. Jetzt wieder her. Okay. Hier Regeneration. Heilzauber heilen wir. Totenmagier. Schutzzauber absorbieren. Da ist Erholung. Magiker redet sich schneller. Halt einmal pro Tag automatisch 200... Wenn du... Oh. 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 Das ist der... Der Herstellungsbaum ist ja mal... Richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Da müssen wir alles drin lernen. Moin Isolde. Na, alles frisch. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Damit ich das Kommen... Wo auch sonst. Es heißt, es gebe nichts, was eine Nordfrau nicht schafft, wenn sie es sich in den Kopf gesetzt hat. Raus jetzt. Ich bin... Erschwert und euer Schild. Alter Lüdi, hast du mich erschrocken. So, wir haben 4 Uhr. Ich würde sagen, wir schlafen bis morgens um 4. Bis morgens um 3. Kurz vor 4. Dann können wir nämlich dann die Kutsche nehmen. Weil ausgeruht sind wir dann. Und dann kommen wir vielleicht an, wenn es Tag hell ist. Plan? Noch ein Plan, oder? Guter Plan, oder? Gut ausgeruht. Und hungrig. Hungrig kommt noch. Hungrig kommt noch. Jetzt. Aktive Effekte. 50% wegen... Oh, 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 oh. Dann nehmen wir... noch mal eine Gemüsesuppe. Und dann sind wir schon satt. Schön. Und direkt ist die Ausdauer wieder komplett voll. Die Luft hier ist... Hier ist die Luft kühl. Ja. Ist ja auch Nacht, ne? Ob unser Pferd mitkommt, wenn wir... nach... Falkenring schnellreisen... Äh, schnellreisen. Äh, uns hinkutschieren lassen. Wir kennen die Dämmerwacht... zurück ins Leben gerufen haben. Wir kennen die Dämmerwacht schon. Da brauchst du uns nicht von erzählen. Da ist sie ja schon, die Kutsche. Moin ihr Kutscher. Wir wollen gerne einmal nach. Falkenring. Was macht das Ganze denn? Ja. Ich möchte eure Kutsche mieten. Falkenring. Klettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Wir waren noch nie da drin. So. Okay. Eine Überblende. Man hätte... Ja, ich glaube, wenn man nur... dahin gebracht werden würde, wäre es schon sehr lang. Aber... Habt ihr draußen einen Hund gesehen? Nein. Auch keine Wölfe. Was für ein Hund? Ich weiß es auch nicht genau. Nun, der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund. ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter wacher halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthalts hier lieber benehmen. Ist der Plan. Okay. Die Ausdauer ist schon wieder ein bisschen runter. Das heißt, wir sind wieder leicht hungrig. Essen wir doch mal Kartoffelsuppe. Wir sind wieder satt. Wunderschön. Ja, um den Hund kümmern wir uns nicht. Wir sollten nämlich zum Jal kommen. Hier im Falkenring. Boah, nicht schlecht hier. Ich bin mit einem Hieb gespalten. Ich nehme nicht so schnell die danach. So, warte. Ich will noch ein paar Dinge mitnehmen, bevor wir zum Jal kommen. Wobei, die kann ich auch dann nachholen. Gehen wir direkt zum Jal. Äh, das müsste das große Haus hier sein, ne? Da geht's rein. Klopf, klopf. Wer ist da? Die Pizza ist da. Baut jemand Hunger? Einer hier? Na links. Ich beschütze den Jal. Ganz gleich, wer es ist. Du bist der Jal? Bist ja ganz schön am chillen da auf deinem Thron. Ja. Was wollt ihr? Pommes! Schön, euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Ähm. Ich habe euren Brief bekommen. Ich bin in, äh, ich bin Gergo. Ah, ihr seid es. Hm? Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Okay. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Gut. Wie, das war's? Okay. Wie seid ihr so jung Jal geworden? Mein Onkel Dengaya war bis vor kurzem Jal. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jal. Erschwert euch eure Unerfahrenheit die Arbeit? Überhaupt nicht. Ich bin ein Jal. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Mehl und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Also chillt er den ganzen Tag. Es ist so einfach ein Jal zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Wie denn? Tötet alle Banditen. Lasst keinen übrig. Ah, machen wir schon. Nur mit der Ruhe hier, ja? Ach, hier ist ein Kaiser, all ich. Was haben wir hier? Niemand da? Darf ich mir einfach nehmen? Ach. Oh, warum nicht? Kann ich Geld gebrauchen, also. Ich beschütze den Jal. Ganz gleich, wer es ist. Ja, ich nehme das Gold hier weg, ne? Den Wein. Hier wird bestimmt ein Gemischtwarenladen sein, wo ich das alles eben schnell verkaufen kann. Oh, das steht aber alles nebendran. Okay, hat keinen gestört. Wunderbar. Schön, schön, schön. Weil feine Kleider sind so viel, so viel wert, ne? Ist es ja. So, nehmen wir noch die Sachen hier aus den Fässern mit. Salz! Habt ihr mal gesehen, da waren drei oder vier Salz drin. Schön. Ein Akatosh-Ambulett. Oh, schön, schön, schön. Können wir nochmal irgendwann vorbei, wenn keiner hinguckt. So, was haben wir hier? Ein bisschen was von den anderen Sachen. Ich denke, das reicht, oder? Was haben wir hier noch? Och, Geld. Tut mir leid, jetzt gerade hat es mir angetan. Ich habe gerade so ganz, ganz, ganz flinke Finger. Tolelea. Tolelea. Äpfel. Lecker, lecker Äpfel. Kohl! Auch gut, ich brauche Kohl. Der andere Sack ist leer. So, der Nasser. Jetzt haben wir aber genug Unfug gemacht. Dann gehen wir nochmal und schauen nach dem nächsten Gemischtwarenhändler. Können aber auch noch, ah, da, beim Schmied mal vorbeigucken. Der sucht ja einen Hund, ne? Tom? Die Torwache erwähnte einen Hund. Ich habe die Torwachen gebeten, nach ihm zu suchen. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ich könnte mich überreden lassen, ihn zu fangen. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. 25 Gold und frisches Fleisch. Lord. Alles gut. Loyalität ist besser. Ich bin zuallererst den Geier und dann dem Kaiserreich gegenüber loyal. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Mach ich. Sieht ein bisschen. Weiß ich nicht. Ziemlicher Kanisterkopf, oder? Naja. Verunsacht Magieschaden. Magieschaden. Nö. Leidung. Schön. Aber. Braucht noch Geld. Gesundheit. Auch nicht schlecht. Schöne Sachen hast du. Aber ich brauche leider Geld erstmal. Ich brauche mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Genessa. Danke. So. Wo ist der Gemischtwarenhändler? Da ist das Wirtshaus. Oder? Ja. Da ist das Wirtshaus. Und hier vorne links ist noch was. Was ist das? Sieht nach dem Gemischtwarenhändler aus. Wunderbar. Waren aus Graukiefer. Kaum zu fassend, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Jetzt ein paar aufs Maul, oder was? Dachte ich mir. Kann ich euch etwas bringen? Ja. Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmmantel habe ich viele davon kennengelernt. Was habt ihr zu verkaufen? Oh. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Äh. Also. Ich habe für dich ganz viele Kleidung. Stücke. Real nicht mehr brauche. Und Wein. Fasanbrust will ich gerade auch. Frisches Fleisch. Jetzt werde ich noch gebrauchen, denke ich. Gott. Kohl. Nordmeet. Oh. Oh. Nimm mal. Nimm mal. Nimm mal schön. Nimm. Minion. Kauf dir was Schönes davon. Äh. Ich will mir was Schönes davon kaufen. So gut. So. Äh. Warte. Warte. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Hast du vielleicht winzige Seelensteine? Kleiner. Mächtiger. Ja. Der kostet nicht viel. Und. Ich kann dann wieder eine. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Ich hab dir gerade Sachen verkauft und gekauft. Also bitte. Ich bin ein netter und freundlicher Kunde gewesen. Such dir etwas Bestimmtes. Jetzt nicht mehr. Tschüss. So ein Arschloch. Äh. So. Also. Äh. Sprecht mit den Graubärten. Nein. Findet das Banditenlager auch nicht. Hier. Findet den Hund brauche ich. Dann brauche ich noch das hier. Carlotta habe ich vergessen zu sagen. Dass Michael kein Problem mehr darstellt. Ja. Okay. Mammutstoßzahn. Nein. Da müssen wir lang. Dann machen wir das doch mal. Und da. So. Auf geht's. Äh. Disteln und so kann man noch wann anders einsammeln. So. Hier soll jetzt. Ah. Da. Da ist der Hund. Komm her. Fifi. Wir wollen nicht zu Lot bringen. Ihr seid genau wonach ich gesucht habe. Habt ihr gerade etwas gesagt? Und warum rennt ihr Nasser da voll rein? In Himmelsrand leben jetzt riesige fliehende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja. 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 Und wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind im Streit geraten und die Dinge wurden etwas... ...hitzig. Oh. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beiliegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr seid ein kleines verwirrtes Schoßhützchen. Sehr witzig. Mein Meister ist Klavikus Wile, der Ädra-Fürst der Wünsche. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist er eine sehr wichtige Persönlichkeit. Hört sich einfach an. Machen wir uns auf die Suche. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Wile ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Scheinen entfernt manifestieren. Okay. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemers Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Ich habe aber eigentlich andere Aufgaben. Was gelingt? Sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Mal gucken. Das speichern wir erstmal. Ich habe nämlich manchmal das Problem, dass ich nur den Schnellspeicherstand habe. Und wenn er an einer blöden Stelle ist... Warte, warte. Ich will auf mein Pferd, ja? So. Wenn er an einer blöden Stelle ist... Äh, ist nicht so geil. So, Hündchen. Auf geht's. Suchen wir da einen Meister. Warum ist mein Mana-Balken ein bisschen niedriger? Bin er schöpft? Warum? Oh. Naja, vielleicht finde ich unterwegs ja irgendwas, wo ich schlafen kann. Kannst du ein bisschen schneller laufen, Badabas? Oder Babas? Hallo? Nicht hinlegen. Laufen. Den Nassar hat es auch schon wieder irgendwo hinvertrieben. Wo eben auch immer sie in ist. Mensch. Ja bitte, was? Halten wir. Ist hier vorne rechts direkt? Das wäre schön. Ich glaube, das war weiter weg. Wow, wow, wow. Kann ich auch. Wow. Oh, Karin. Da kann ich jetzt nicht drauf achten. Was ist denn los? Er bleibt immer wieder stehen. Und wo ist hier Nassar? Oh, Mist. Sekunde. So, wo will mein Pferd hin? Mein Pferd rennt da oben hin. Nein, 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 nein. Du bleibst bitte da. Danke. Oh, Mann. Magiker alle. Dann trinke ich doch mal den Magiker Regenerationstrank. Äh, Zaubertränke. Da. Durch vielleicht Glück und... Oh, warte. Ich habe eine Idee. Aua. Äh, 3-3. So. Äh. Wow. Vorsichtig, ja. Wer schießt da? Ach, ihr Nassar ist wahrscheinlich... Äh. Habe ich nicht vor zu werden. Warum kommt denn der jetzt hier? Okay, ohne Magiker klappt das im Finisher. Dann zieht er den einfach durch. Schön. Äh, wir nehmen mit. Erstmal alles. Erstmal alles. Hier auch. Vorsichtig, ja. Vorsichtig, vorsichtig. Sollen wir mal eben mal ein Pferd holen. Das steht da oben. So. Okay. Ah. Ja, ja, ja. So ist schön. So. Der Nassar. Dann müssen wir wieder dem Barbas folgen. Aber der sitzt da immer noch an der Banditin. Sehe, schon wieder einen roten Punkt. Spinne. Ah. Okay. Okay, das dauert. Warum kann ich weiter zaubern? Irgendwas stimmt nicht. Ich kann einfach weiter zaubern. Warum? Hä? Überlebensmodus. Seltene Kuriositäten. Alchemisten wissen, seit jeher möchte ich getränken. Nur seltene. Blablabla. Händler. Himmelsrand. Installierte Inhalte. Dann. Heilige und Ver- Creation-Reihe. Held. Einige Dungeons. Zwei Artefakte. Hardfire. Dragonborn. Dawnguard. Angeln. Schönen Effekt. Letzteres ist kein Magierstein. Erschöpfung. Weniger effektiv. Gefüllt. Kalt. Magier regenerieren. Hält noch zwei Minuten. Weiß nicht, warum ich hier einfach weiter zaubern kann. Ist doch so. Hier. Ich kann einfach die ganze Zeit zaubern. Warum? Irgendwas ist hier kaputt. Ich hoffe, mein Spielstand ist es nicht. Sondern irgendwie nur gerade was, wie ich das Spiel gestartet habe. Ein bisschen. Aber der. Warte mal. Ist vielleicht. Nein. Der war nicht an. Der Godmode. Aber dann hätte ich ja auch keinen Schaden bekommen, wäre der Godmode angewiesen. Hä? Hat das einer von euch schon mal gehabt? Moment. Ich will eben das. Das Hütchen hier. Erkundet haben. Hütchen. Hallo, Babas. Nicht so schnell. Danke. Wo hast du hier? Der steht einfach im Wald rum. Okay. Jetzt gleich wieder fast bei Helgen. Ja. Alter, läuft der Wald. Will denn ja hin. Babas, was ist deine Mission? Ganz viele Bienen. Komm. Lauf. Babas, lauf. Wow, 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 wow. Das nehme ich als Thumbnail, denke ich. Das ist ja das, was wir gerade die meiste Zeit in der Folge hier machen. Dem Hund hinterherlaufen. Ist das schon Helgen da links? Oder ist das was anderes? Ne, das ist Helgen, oder? Hä? Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt in Helgen. So, die wollen nicht mehr spielen, also dann. Ich zauber nicht durch, damit ich besser sehe, ob das magisch für alle ist. Oh, da sind noch mehr. So, je nasser, du musst mal gleich hier rüberkommen. Nein, mein Pferd. Und der Hund, wo sind die hin? Okay, ich schmeiß was weg. Nehmen wir mal den Kriegser mal hier. So, wo ist jetzt Babas hingelaufen? Wie wäre es, wenn ihr... Ja, Nerewa, leite sie bitte. Verläuft sich. Also, da ist jemand. Da gehen wir mal eben hin. Ja, ich denke, wir sind hier gewachsen. Der müsste hier auf dem Turm sein, ne? Da ist er ja. Jetzt habe ich keinen Magiker mehr. Müssen wir warten. Nein! Ist hier ein Trank? Ja, aber ein Pelzhelm. Den nehme ich mit. Kommt mir das nur so vor... Habe ich den Schwierigkeitsgrad runtergestellt? Stellungen. Gameplay. Nö. Irgendwas ist hier ganz komisch gerade. Babas ist da unten am Kämpfen. Ja, bitte. Sie findet den Weg nicht. Leite sie. Schmeißen wir jetzt weg. Das Steuerschwert. So. Dann... Hör! Mal wieder den altbekannten Weg hier lang. Ich hoffe, du wirst dich irgendwann mal zurechtfinden. Babas haben wir jetzt gleich gefunden. Der müsste hier vorne links sein und sich prügeln. So. Ist leicht hungrig. Das ist nicht schlimm. Das können wir ändern. Nehmen wir doch mal... ...düben diese Suppe. So. Hier links müsste doch Babas sein, ne? Da vorne. Seht ihr dann? Ganz kräftig am Kämpfen, der gute Hund. Ist der schon eins zerlegt? Oh nein, das ist ein Dummer. Die haben Feuerresistenz. Wo ist der nächste Bandit? Nehmen wir erstmal die Fellrüstung und Armschienen mit. Geben zurück. Die Streitachs. Die ist nämlich nicht so viel wert. Ich nehm Funken. Mist. Ich nehm Funken. So. Fellrüstung. Dietrich. Warte, 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 Badabas, 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 warte, 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 warte. Ich muss hier noch mein Pferd holen. Och Mann, bleib doch mal stehen. Blöder Hund. Wir müssen noch das Pferd holen. Nein, wir müssen erst noch das Pferd holen. So, jetzt müsste ich hier rüber. Da vorne ist sie, glaube ich, gerade ins Gasthaus gelaufen. Schauen wir mal. Gehen das da? Da ist sie ja. So, ich muss aber erst noch... Wie geht das da? Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Ja, ne? War eine ganz magische Begegnung. Wenn ihr es wünscht. In der Schenke. Und du wolltest erst mal 500 Gold von mir. So, jetzt kriegst du die beschlagene Rüstung. Fell am Schienen. Noch mehr Fell am Schienen. Und auch Rüstungen. So, so, so. Wunderbar. Wo ist das Pferd? Was ist das Pferd? Ach, komm schon. Wo ist das Pferd? Das kann doch nicht sein. Ich habe es da links wie her anhören. Da. Befunden. So, dann können wir jetzt wieder zu Barbas rüber. Also, Barbas. Ich hoffe, du bist noch nicht weitergelaufen. Wer wird das finden? Nämlich schwierig. Nein! Können wir hier irgendwie drüber? Ja! Ach, wunderbar. Hier. Ah! Und? Der Hund klettert die Wand hoch. Kannst du die Tür nicht aufmachen, oder wie? Achso, die ist verschlossen. So, jetzt aber. So, Barbas. Barbas. Barbas und Janassa haben jetzt noch ganz viel Zeit. hat das, hat das geschafft? Los, lauf! Ja, komm. Wo ist das Stückchen? Beweg dich bitte. Nach etwas Schwierigkeiten bei Helden haben wir es geschafft. Wir sind wieder mit Barbas auf dem richtigen Pfad zu Clavicus Bayer. Wenn ich mich nicht vertue. Äh. Ja. Ja, ist Eisen. Danke. Oh, ich kann hier jetzt leider nicht anfangen, irgendwelche Sachen zu sammeln. Denn ich weiß nicht, wo du hin möchtest. Die Luft ist kühl hier. Das ist nicht gut. Es wird kalt. Abas. Mach was. Beweg dich. Es wird immer kälter hier. Habe ich eine Fackel? Ja. So. Jetzt müsste mir wärmer werden. Huh. Alter, wie weit will der denn laufen? Hier wird's richtig Schweineratten kalt. Und dann ist er noch so langsam. So richtig langsam. Warum bin ich diesem Hund gefolgt? Ganz einfach. Der Dedra hat mich geködert. Dedra haben immer Artefakte und ich hab bei Morrowind und bei Skyrim, äh, bei Oblivion immer so spät angefangen mit den Dedra-Artefakten. Ich will diesmal bei Skyrim damit früher anfangen. Babas, ich hoffe, wir kommen gleich irgendwo an einem Zelt vorbei. Bin ziemlich müde. Ich könnte mal eine Mütze Schlaf gebrauchen. Weil das ganze Laufen auf dem Pferderücken, also das Reiten, ist so viel anstrengender als, als gehen. Ich mein, ihr könnt ja gehen, aber ich muss ja Pferdchen mitnehmen. Hi! Na? Wir haben's! Schön. Also, dann gehen wir mal rein da jeden nasser, ne? Da gucken wir mal nach. Wo ist der Hund? Hast du den Hund gesehen? Das gefällt mir nicht. Vampirdiener? Ich mag keine Vampire. So, wo ist er denn? Aua! Entschuldigung, das war keine Absicht. So. Ne, Pfeile will ich nicht, aber ich möchte ein Gewicht, ein Gewicht von Akatosh. Hi! Ich kann nicht lesen. Ein Amulett von Akatosh mit einem Gewicht von 1. Das legen wir sofort an. Magika Regeneration. So. Was haben wir hier oben? Eisenpfeile. Die braucht kein Mensch. Ruhe? Seelenstein und ein Strang der Stärke. Schön, schön, schön. In Skyrim sind die Vampire ja viel schwächer. Ich hab die stärker in Erinnerung. Ja, und da vorne, siehst du das? Das ist mal eine richtig schlechte Falle. Komm hoch. Na, das gibt's doch nicht. Sofort. Wie? Können die die nicht auslösen? Ich hab gar nichts gemacht. So. Schön gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, hab ich einen Trank, der mir Krankheiten entfernt? Bitte. Nein. Dann dürfen wir nicht zu lange bleiben. Okay, junger Vampir hat ein Stahlschwert. Vampirstiefel. Ein Vampirrobe. Ist nichts wert. Die nehmen wir nicht mit. Dabei, ist ja auch egal. Nehmen wir mit. So. Hier um der Ecke ist ja direkt Flusswald. Keine Gegner? Doch, da vorne. Der hört mich nicht. Der hört uns nicht. Der muss taub sein. Also. Hau den voll mit dem Hammer eins über und ich verbrenne den, ja? Okay, ist doch nicht taub. Blutiger Vampir. Okay, die sind heftig. So, jetzt gibt's. Das hat mich getroffen. Die verliert kein Leben. Der blutige Vampir verliert kein Leben. Jetzt hat sie mal ein bisschen Leben verloren. Nochmal. Ja. Nein. 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 Hör auf. So. Sie läuft weg. Sie läuft weg. Hinterher. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Ganz schön stark. Ja. Gut. Versuchen wir es noch einmal, ja? Also. Du kommst jetzt. Ich bin hier oben. Los, hier nasser. Nicht den Bogen. Den Kolben. Das war schon alles. Nimm den Kolben in die Hand. So. Auf geht's. Ich will mich aber wer... Wo ist sie denn? Ach da. Keinem Stamina mehr. Seht ihr auch alles? Also ich vermute gerade nur, wo ich bin, schlagen muss. So. Genasser, du darfst vor. Dafür flüchtest du aber. Ganz schön. Heftig. Los, schieß. Schieß. Sie ist am Boden. Ja. Ging doch. Mensch. Blutiger Vampir hat ein Eisenschwert. Rubin. Oh, da wird die Vampirrüstung, ne? Kampfmusik. Ist noch fertig. Was soll denn das? Den Diener müssen wir jetzt noch ausrauben. Da muss ich mal ein paar Sachen an Jenasser geben. Ja. Unbedingt. Nimm bitte... den Dolch. Teile, Schwerter, Bögen. Noch mehr Schwerter. Die hier. Die Rüstungen. Die Rüstung. Äh. Die Robe. Die Rüstung. Stiefel. Wunderbar. Nach euch. Ich danke dir. Äh. Äh. Er. 4-4. So. Ich will immer F drücken. So. Speichern wir das. Aber wir haben jetzt... Schaffen wir das noch, uns weiter durchzukämpfen, bis wir da sind, wo Babas uns haben möchte oder... Weiß es gerade nicht. So viel Zeug noch. Ich würde mal sagen, ich sammle noch hier die Sachen ein, die hier sind. Alter, ii. Sammle noch die Sachen... Oh, ein Seenstein. Die Sachen hier ein und dann lesen wir gleich nochmal. Passagen dringen wir ins Innerste der Erde selbst vor. Was? Oh, oh. Oh, oh. Ich muss mich da beeilen. Ah, nicht, dass ich zum Vampir werde. Egal. Wir sammeln mal eben kurz die Bücher hier ein. Ihr wisst ja, alle Bücher werden gelesen. Äh. Und. Wer, äh. Machen wir es so. Ich sammle jetzt das hier ein. So. Es gibt jetzt nur noch die, äh, äh. Den Rest vom Buch. Oder es geht jetzt weiter noch bei der Prinzessin von Talara. Wo ist sie? Da. Bei der Prinzessin von Talara. Wer jetzt das nicht interessiert, der kann natürlich jetzt schon ausschalten. Schonmal danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Aber ich gucke jetzt erstmal, wo waren wir stehen geblieben. Ähm. Bühner. Gräfin. Ein paar Minuten lang. Frauen auf der Parade. Hielten den Atem an. Da war es nicht. Die Hexe. Genau. Respekt. Prostituierten. Strömten. Weg zurück zu den Zelten waren. Genau. Da war dann noch dieser eine. Wer war das noch gerade? Hm. Zelten eintrafen. Da. Gut gekleideter Mann. Glatzköpfig. Botschafter. Marsch ist nur Vorbote des Blumenfestes. Das hatten wir schon. Jetzt beeilt euch. Ihr müsst... Genau. Der Botschafter hatte sich keine Sorgen zu machen. Anders... Ah... Ich glaube wir waren bei der Botschafter, er hatte sich keine Sorgen zu machen. Ich lese jetzt einfach mal von hier weiter, ja? Der Botschafter hätte sich keine Sorgen zu machen brauchen. Anders als normale Frauen waren diese Beübteren, sich schnell an- und auszuziehen, ohne dabei viel Zeit zu verschwenden. Sein Diener Gnorboch bot seine Hilfe an, hatte aber nur wenig zu tun. Ihre Kostüme waren einfach. Es waren dünne, weiche Laken mit einem Loch, um den Kopf hindurch zu stehen. Nicht einmal Gürtel waren vonnöten. Sie blieben... Sie blieben die Seiten der Kleider... Warte. So blieben die Seiten der Kleider offen und man konnte die Haut durchblinzeln sehen. So kam es, dass die Prostituierten, die sich nun in Tänzerinnen verwandelt hatten, schon lange vor Sonnenuntergang am Havillstierfelsen waren. Ein großer, breiter Felsvorsprung, auf dem zur Feier des Blumenfestes ein großer Kreis aus Fackeln und bedeckten Körben aufgestellt worden war. Obwohl sie viel früher als nötig dort eingetroffen waren, warteten bereits zahlreiche Schaulustige auf sie. Die Frauen begaben sich in die Mitte des Kreises und warteten ihrerseits, bis es an der Zeit war. Hüner beobachtete die wachsende Menge und war nicht sonderlich überrascht, als sie die Dame vom Marsch wieder sah. Eine sehr alte und sehr kleine weißhaarige Frau an der Hand führte. Die alte Dame war abgelenkt und zeigte auf einige Inseln im Meer. Die blonde Frau schien unsicher zu sein, so als wüsste sie nicht genau, was sie sagen sollte. Hüner, die den Umgang mit schwierigen Kunden gewohnt war, ergriff zuerst das Wort. Schön, euch wiederzusehen, edle Dame. Ich bin Güner aus Daggerfall. Ich bin froh, dass ihr mir wegen des Vorfalls mit dem Pferd nicht böse seid, sagte die Dame und lachte erleichtert. Ich bin Gräfin Julia Hase, die Tochter des Königs. Ich dachte immer, dass man die Töchter von König und Prinzessin nennt, sagte Güner lächelnd. In Kamlon macht man das nur bei Thronerben so. Ich habe einen jüngeren Bruder, einen Sohn, der neun, 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 Frau meines Vaters, den er bevorzugt, entgegnete Julia. Ich dachte gerade neun, ich hab, oh, Entschuldigung. Ähm, sie spürte, wie ihr schwindelig wurde. Es war völliger verrückt, mit einer gewöhnlichen Prostituierten zu sprechen und dann auch noch über intimste Familienverhältnisse. Wo wir gerade bei diesem Thema sind, muss ich euch etwas fragen. Habt ihr je von Prinzessin Talara gehört? Güner dachte einen Moment lang noch, einen Moment lang nach. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Warum sollte ich? Ich weiß nicht. Das ist ein Name, von dem ich dachte, dass ihr euch vielleicht daran erinnern könntet, Seufzegräfin Julia. Wart ihr schon einmal in Kamlorn? Moment. Es geht noch ziemlich viel weiter. Würde ich sagen, wir hören mit der Frage, wart ihr schon mal in Kamlorn? Auf, um lesen dann Günas Nachricht in der nächsten Folge oder Günas Antwort. Falls jemand schon vorgelesen hat, ist das nicht nett. Gut. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.